Feed the Speed Die Kombination von Geschwindigkeit und Vorschub liefert gewinnbringende Ergebnisse und garantiert erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten durch Einsatz von Tangeloys Tang GeForce Werkzeugsystemen. Tang GeForce Mill Tangeloy präsentiert seine neueste Serie von Fräswerkzeugen für erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten. TangTry Tangeloy präsentiert TangTry, die wirtschaftliche und superpositive Wendeplatte für 90 Grad Fräsanwendungen. Das präzise Plattendesign garantiert hohe Genauigkeiten und Oberflächenqualitäten ohne Absätze. Der Fräser ist für das schräge Eintauchen und somit zum Auskoffern bestens geeignet. TangTry sorgt für einen weichen Schnitt bei hoher Prozessstabilität, eliminiert Vibrationen, reduziert Schnittkräfte und verbessert dabei die Oberflächenqualitäten. TangTry positive Wendeplatten sind für den Einsatz in Schrubbfräsern bei hohen Schnitttiefen bestens geeignet. Die NMJ Spanformstufe mit Sägezahnoptik eliminiert Vibrationen in der Schrubbbearbeitung bei schwer zersparnbaren Werkstoffen. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit TangTry. TangTry Shred TangTry Shred Serie ist ein System neuer Schrubbfräser für die schwer zersparnung. Die NMJ Wendeplatten sind mit drei symmetrischen Schneiden in Sägezahnoptik ausgelegt. Die geschwungene sägezahnähnliche Wendeplatte produziert kleinste Späne und sorgt für eine vibrationsarme Zersparnung unter extremen Bedingungen. Bei großen Bearbeitungstiefen und langer Auskragung ist TangTry Shred die ultimative Lösung, um Vibrationen zu verhindern. Die NMJ Wendeplatte hat eine gerade Schneidkante und wird für schlicht Bearbeitungen empfohlen. TangTry Shred – die exzellente Lösung für die Bearbeitung schwer zersparnbarer Werkstoffe aus der Luftfahrtindustrie. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit TangTry Shred. TangTry Shred TangForce Rack Tangeloys TangForce Rack-Serie ist ein System kleiner Fräswerkzeuge mit einzigartigem V-förmigem Plattensitzdesign. Die geometrischen Eigenschaften des geschützten Plattensitzes ermöglichen langlebige Bearbeitungen auch mit kleinen Fräsdurchmessern unter Beibehaltung höchster Genauigkeit und Stabilität. Die Platten sind V-förmig im Grund des Plattensitzes eingebettet und garantieren somit für stabilste Zersparnungsprozesse. TangForce Rack-Wendeplatten besitzen eine geschwungene Schneidkante für 90-Grad-Eckfräsen. Die hochpositive Spangeometrie erzeugt einen gleichmäßigen und sehr weichen Schnitt. Die Herstellung präziser Schultern mit bester Oberflächenqualität ohne Absatzbildung gehören ebenso zu den Eigenschaften wie die Möglichkeit des schrägen Eintauchens und Auskofferns. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit TangForce Rack. Ball Finish Nose Ball Finish Nose ist Tangeloys Lösung für das schlichten präziser Profile mittels radialer Wendeplatten. Die genauen und scharfen Schneidkanten ermöglichen besonders im Formen- und Werkzeugbau höchste Präzision in der 3D-Fräsbearbeitung mit besten Oberflächenqualitäten. Die asymmetrische Wendeplatte ist solide und mit großflächigem Kontakt im Plattensitz eingebettet. Rechteckige Wendeplatten mit Eckenradius eignen sich für das Schlichten und Semischlichten, Umsäumen und Eintauchoperationen. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Ball Finish Nose. Do Mini Mill Do Mini Mill Wendeplatten sind speziell für den Formen- und Werkzeugbau entwickelt. Das einzigartige sechsschneidige Plattenkonzept mit gedreiter Freifläche ermöglicht positive Zersparnoperationen. Die Wendeplatte ist schwaldenschwanzförmig ausgelegt und bietet absolute Prozessstabilität. Do Mini Mill findet Anwendung bei Außen-, Plan- und Abseiloperationen. Do Mini Mill sind als Einschraubfräser erhältlich und kompatibel zu Tangeleus-Tankflex-Schäften. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Do Mini Mill. Do Twist Ball Do Twist Ball Fräser sind die perfekte Lösung für Profilbearbeitung. Die gedreite, vierschneidige Wendeplatte weist einen 120-Grad-Schnittbereich auf. Die Wendeplatte ist formschlüssig und somit passgenau und hochstabil in einem kreuzförmigen Plattensitz gebettet. Aufgrund der geschwungenen Schneidkanten und positiven Anstellwinkel werden ein weicher Schnitt und beste Spankontrolle erzielt. Das Einsatzgebiet umfasst Plan-, Nuten-, Abseil- und Schulterfräsoperationen. Die rechteckige HJ-Wendeplatte wird für das Hochvorschubfräsen, Nutenfräsen, schrägem Eintauchen und Auskoffern mit Zahnvorschüben bis zu 1,5 mm verwendet. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Do Twist Ball. Do-Feed Tangeleus neuste Generation der Do-Feed Serie für Hochvorschub-Planfräs-Operationen. Die 0,6er Wendeplatte besitzt vier hochpositive Schneidkanten für einen weichen Schnitt bei geringsten Schnittkräften. Do-Feed-Werkzeuge überzeugen bei großen Auskraglängen und garantieren die Einhaltung hoher Vorschübe bei reduzierter Vibrationsneigung. Um die Oberflächenqualität signifikant zu steigern, bedarf es einer einzelnen Viper-Geometrie im Frässkörper. Die 0,3er Wendeplatte kommt in kleinen Durchmesserbereichen zur Bearbeitung enger Konturen bei großer Auskragung zum Einsatz. Charakteristisch ist die enge Teilung, die höhere Vorschubgeschwindigkeiten und Zeitspanvolumen ermöglicht. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Do-Feed. Mill-Quad-Feed Tangeloys Mill-Quad-Feed ist eine neue Serie mit vierschneidigen Wendeplatten für die Hochvorschub schwer zersparnung. Die Schneidkanten der Wendeplatte sind wellenförmig konzipiert und weisen auch unter schweren Bedingungen einen weichen Schnitt auf. Die Frässkörper sind mit internen Luftkanälen ausgeführt und ermöglichen dadurch beste Span-Evakuierung bei Vermeidung eines Kontakts mit den bearbeiteten Flächen. Die robuste Wendeplatte ist in einem einzigartigen Plattensitz-Design eingebettet, wodurch höchste Stabilität in der Schwerzersparnung erreicht wird. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Mill-Quad-Feed. Do-Triple-Mill Tangeloys Do-Triple-Mill-Fräser sind für allgemeine und kostengünstige Planfräs-Operationen in verschiedensten Werkstoffen entwickelt. Das einzigartige, schweibenschwanzförmige Plattensitz-Design des Werkzeugs garantiert höchste Stabilität und verlängerte Standzeiten. Ein Plattensitz ist für die Klemmung drei unterschiedlicher Plattengeometrien ausgelegt. Die optimale Wahl bei größeren Schnitttiefen bildet die quadratische, achtschneidige Wendeplatte. Die Wendeplatte mit gebogener Schneidkante formt den Span ideal und führt diesen perfekt ab. Die oktogonale Wendeplatte mit 16 Schneiden ist die kostengünstige Variante für Standard-Planfräs-Operationen. Die dritte Variante ist eine runde Wendeplatte mit acht Schneidkanten und kommt bei entsprechenden Profilbauteilen zum Einsatz. Die hochpositive Geometrie ermöglicht den Einsatz bei voller Schnitttiefe bei bester Spankontrolle. Die Wendeplatten sind auch für Hochvorschub-Anwendungen geeignet. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Do Triple Mill. Do Force Try Tangeloys Do Force Try, die neue Serie für 90-Grad-Eckfräs-Operationen, ist bestückt mit wirtschaftlich doppelseitigen, sechsschneidigen Wendeplatten. Die geschwungene Schneidkantenausführung mit positiven Freiwinkeln erzeugt zylindrische Späne, die leicht aus dem Schnittbereich entfernt werden. Do Force Try überzeugt beim 90-Grad-Eck- und Nutenfräsen. Die Wendeplatte mit Viper-Geometrie verbessert die erreichbare Oberflächenqualität um ein Vielfaches. Die sägezahnähnliche Plattenausführung findet ihren Einsatz im gleichen Grundkörper und wird bei hohen Auskragungen verwendet. Eine Spanaufteilung reduziert Schnittkräfte und vermeidet Vibrationen. Beschleunigte Zersparnung und höchste Produktivität erzielt mit Do Force Try. Do Force Try Beschleunigte Zersparnung ermöglicht mit Tangeloys neuster Generation von Fräswerkzeugen. Tang GeForce Mill Tang GeForce Mill